ja und willkommen mein name ist und ich bin bett mario master begrüßt euch zurück zu 2 genau wir sind in der dritten testkammer im vierten level wollen wir sehen was hier auf uns wartet ich sehe da um eine brücke und ich sehe ja ein frechsprung brett ich gehe mal nicht gesehen okay für partnerperspektive zeigen okay bin ich denn ich jetzt hier ganz oben warte auf einer art zwischen ebene zu sein da springen wir hoch ich kann nicht ich kann nicht durch die brücke schießen nein oh warte mal ja 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 so nags verloren wie ist er nichts irgendwas muss dir sein war doch doch hier black respektive schräg warum war die perspektive gerade so schräg jetzt noch ein noch mal nur das ist diesmal nach unten geht war das gut oder war schlecht und ist angeblich ich habe es gibt keine wissen du sehe ich gar nicht ich bin unter der da bist du hatte ich muss meins nur na ja komme ich dahin da ist der ausgang ist links gott ich muss du musst dein rotes da hinsetzt da oben ist nichts da oben ist der ausgang ich glaube ich weiß was wir machen müssen was denn auch meins hier und eins da unten da unten und dann hier oben ist eins hier irgendwo dann müssen wir uns glaube ich darunter fallen lassen dann mit dem momentum kommen wir zum ausgang glaube ich wenn du das glaubst ich weiß nicht ob er meine gleichzeitig machen müssen okay okay mach die brücke weg das ist worauf ankommen brücke weg wie mache ich das ja nur mein momentum ist verloren gegangen war weil wir gegeneinander irgendwie kann sein hat und gleich jetzt stirbt nein ja ich glaube ich sterbe mal eben ich glaube ich komme noch mal zurück okay versuchen wir das noch mal noch mal ist vorbereitet okay jetzt muss ich wieder dein rotes portal da einsetzen oder mal dahin also ach so wir müssen von ihr genau man habe ich natürlich anders gemacht also so so ja 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 natürlich so ja genau dann ich glaube da muss aber nur einer irgendwie durch ich glaube wir kommen wir sind irgendwie so gegeneinander kollidiert und wieso keine ahnung da weiß wie ich meine wir kommen dann so daraus geschossen und dann kommen wir da irgendwie so ja immer darunter wenn er darunter springen aber doch gott welches muss ich noch mal dann geh du schon mal darüber platziert die beiden dinger und ich lasse dann die brücke jetzt verschwinden bete zu deinen göttern es hat geklappt okay dann komme ich auch so jetzt warte 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 ich habe eine bessere idee kommt zurück dass die menschen und recht warum einfach wird auch kompliziert geht nicht und ein test subjekt bezeichnete ihn sogar als defekt natürlich hatten die menschen stets nur eine einzige chance während ihr es immer wieder versuchen können wir wir arbeiten natürlich im dienste der wissenschaft sind wir immer verschiedene peabody's und atlas oder sind wir immer die gleichen die man zusammen gesetzt wenn ich das wüsste um herrenverletzungen vorzubeugen ich wählte die kostengünstigere variante tödliche schmiere schöne tödliche schmiere da oben warte mal oder leicht da habe ich ein portal wird doch jeden platzieren wo wolltest du das nicht weh ja dann habe ich ein portal irgendwo was passiert jetzt macht so weit genau das war sehr komisch aus aber ach was du nicht was du nicht sagst also entfernt mal mein bild mein blaues portal durch ein rotes welches blaue das dunkelblaue das war ich sehe ich sehe auch nirgendwo durchgang oder was mal also nicht komme ich an die wand da sieht schon wieder aus dass wir irgendwie solche heraus geschossen kommen aber da kann es ja auch locker hier mit machen du hast du hast du hast kein momentum in der luft das ist das problem ich würde gerne sehen ich weiß gar nicht mehr darüber kommt er ist längst so ein portal gar nichts obwohl setzt mal hier dann deine portale mal hin also sein es geht dann nämlich durch das rote da ist noch dank ich habe keine ahnung oh hier kann man auch noch lange sehe ich gerade ja aber wie ja ja wie ja wie erst mal direkt daneben hör auf zu lachen hör auf zu lachen ich habe kein plan wer durchkommt ich habe auch überhaupt keine idee was wir machen müssen das ist komplett auf den schlauch also ich habe es mal hier hin das portal gesetzt ich nehme an wir müssen wir müssen ja raus geschossen kommen aus dem hellblauen irgendwie da kann es ja ganz locker hier mit dem teil machen von daher macht er keine reden aber wie gesagt du hast kein momentum ja doch du kommst doch irgendwie so darüber ne kommen eben nicht du kommst du nicht rüber weil du zu wenig momentum hast ja aber irgendwie wissen wir noch mehr momentum haben oder was ich weiß aber warte mal also hier geht's hoch vielleicht muss man von der oben runter springen genug momentum zu holen oder was hat mich mal kurz erst mal das bei deinem dunkelblauen portal dahin ja es ist ja hier aber ich komme jetzt nicht doch warte so jetzt muss ich mein ding da weg machen kurz hätte man hier ins dunkelblauen aber das wird niemals das wird niemals reichen fliegt ja nicht hoch genug gar keine idee ich habe so viel übersehen irgendwas irgendwas müssen wir übersehen weil das wir irgendwie dahin müssen oder so keine ahnung warte mal ich fern mal mal noch nicht für entfernt der den total jetzt mal durch mainz so ich habe jetzt mal hier mein dunkelblauen gesetzt komme ich hier raus aus das führt jetzt noch dahin das ist bestimmt voll einfach mehr aber wir stellen uns wir stellen sie gerade an sehr komisch ich habe keinen plan was ich machen muss ich muss gar nicht hier so ein ding hier platzieren aber warum ist diese brücke da die muss jetzt irgendwas führen aber ich kann hier halt kein portal einsetzen gerade aus hilf uns klar das ist böse aber auch gott das war jetzt nicht dahin kann aber nicht sein ich sehe was wir müssen erstmal warte mal noch mal da ein portal und da eins welches beide da und da 1 da und da weil dahinten habe ich dann dahinten habe ich gesehen weil da kann man ein portal hinsetzen jetzt muss ich irgendwie da oben eins hinsetzen wenn ich jetzt nicht doch warte mal moment mal ja moment mal wäre sicher auch möglich dass wir da die brücke hinsetzen weil jetzt müssen wir eigentlich muss musst du ja eigentlich nur moment da irgendwie hoch da können wir nämlich da das andere portal nutzen und darüber zu gehen ja 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 wo mein gott und neues ok fortschritt da ist der ausgang da müssen wir hin und hier ist noch etwas darüber jetzt man war das schwer zum nächsten ok also gut der ausgang ist über uns irgendwie auf die brücke drauf nein es sei denn warte 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 mal ich kann gar nicht hier durchschießen glaube ich ob sie jetzt auf der brücke ja oder kommen hier aber genau oder nee warte mal hier kann man hier hoch nein das zu tief so hoch mein ich mache mal ich mache mal ja warte ja ja und nun wo müssen wir auch hin da oben da oben versucht da mal irgendwie dann irgendwie dein gelbes portal hinzusetzen kann ich nicht dann geht die brücke kaputt glaube ich du kannst aber du kannst aber zurückkommen kannst du mal durch das rote gehen dann kann ich ein bisschen höher platzieren ja 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 ich guck mal was ich auf der eine seite sehe ja ja und dann also ich kann ja auch noch rüber geschossen werden irgendwie ich muss irgendwie also so ein schießdinger mit so einer wand irgendwie müssen wir da ich bin ziemlich sicher dass wir dass wir von hier aus wo ich gerade stehe weil da ist ja auch noch was wir müssen irgendwie von da aus da oben hin aber wie also da kommt sehen wenn irgendwie dieses dieses schießding benutzt ja aber ich kann ja nicht ich kann nicht zurückgehen und da platzieren weil sonst geht geht ja alles weg vielleicht kann ich es erreichen ja dann muss ich erst mal zurückholen aber da muss ja irgendwie rüber kommen dann aktivieren hatte ich kann mal was man entfernt jetzt mal irgendwie der portal also ich hatte alle halt moment ist das macht ja keinen sinn na jetzt haben wir nicht das problem wenn ich jetzt natürlich verschwinden nämlich meine portale und du musst mir eine brücke bauen damit ich ich werde ja wohl irgendwie wieder hier hochkriegen irgendwie schon ist eigentlich immer nur die ja klar ich kriege dich ja locker wieder hoch also du kannst ruhig darunter gehen ja jetzt machen wir da eins genau jetzt muss das irgendwie schaffen hier eins zu machen aber kommt ja nicht darüber ne also ich muss ich irgendwie hier hinkriegen damit du hast aber wie ja du musst da du musst da die brücke hinsetzen damit ich zurückkomme aber du kommst ja nicht hier rüber du kommst ja nicht hier wo ich jetzt gerade bin das ist das nicht das ist nicht nicht mal das ding das ding ist halt einfach naja ach ich muss versuchen also erstmal muss ich ja muss ich da wieder durch ah ja genau warte ja gehen wir durch mein rotes warte mal warte warte so jetzt bin ich da drin da ist aber dein ding ja und dann springst du ja runter machst das da unten genau ganz richtig ja genau setze ich hier um ein anderes hin und dann springst du da durch ok das nehme ich an musst du mich irgendwie darüber bringen so genau tu mal genau mein gelb ist es genau jetzt platziere ich meine dinger da genau ist das richtig ja ne ok warte mal weil man muss irgendwie hier hin ich möchte noch noch hier rüber so hat ja aber das ding ist wir müssen uns noch mal hierhin schießen damit wir auch darüber kommen wie soll man das denn machen weil jetzt müssen wir ja irgendwie wieder zurück ok kein ding kein ding glaube ich also wir müssen irgendwie versuchen jetzt ähm da kommst du gar nicht hoch ne 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 ich glaube ich weiß es ne auch raus du musst erst mal ich gehe jetzt и müsste ich jetzt wieder darüber leiten auf die seite ja genau du musst mich irgendwie versuchen darüber zu leiten okay kein ding eine sekunde denn die sekunden ist vorbei jeder rein glaube ich so jetzt jetzt hier mal ein rotes portal gelb ist weil ich gehe durch das rote durch ach so ja genau 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 und dann jetzt nicht falsch jetzt gehen wir darüber da kommst du da jetzt im schuss ding da musst du dein help aus platzieren auf dem schuss ding so und jetzt muss jetzt muss du mal das ganze machen das musst du für mich die brücken bauen ok ok ganz runter springen ich habe angst von dem moment ich hoffe dass ich jetzt das richtige wache haben also es geht hier los jetzt kannst du hier nämlich einfach durchgehen dann kannst du hier noch dein gelbes portal hinsetzen damit alles noch aufregender bei 27 minuten verständlich das wäre als würde man mich mit den weinschaften noch mal machen wir noch als wir in einer geht noch so lange an dem ersten irgendwie umgesessen ja man muss auf wenigstens wirklich sagen die rätsel werden jetzt schwerer ich meine okay wir sind immerhin in der dritten testkammer anfangen wir ja noch voll durchgedüstet die menschen hatten hier traurige ergebnisse vor allem weil man mit tränen keine brücken bauen kann also geschütze hier ist ein geschützte hörme und eine brücke als schild ich glaube wir wissen die brücke benutzen das um uns irgendwie zu schützen so ja aber trotzdem wir wissen ja irgendwie doch dadurch das haben wir uns ja vollkommen eingeschwärt ich habe uns eingesperrt wo bin ich ja das ist ein erfolgreicher test gewesen halt die schnauze gelacht das ein mann hatte und man hat jetzt keine ahnung blöde brücke ist im weg ja an der warte ist einfach eigentlich ich kann nicht dadurch schießen warum kann ich dadurch schießen darüber oder wir gehen weiter über ihr kleinen opfer wo fahren also noch mehr und jetzt sehe ich keine brücke ach du hast in den dingen ja wir müssen ja beide aber ja ich habe jetzt ehrlich gesagt nur auf gut glück dahin geschossen ja irgendwie ja ach du scheiße was ist das denn ach dass das der brücke jetzt komme ich wenn wir da hin oder sein ja da da sind die turrets wir müssen versuchen diese waagerechte brücke irgendwie hinzusetzen sonst schießen wir uns einfach die schweine das soll noch ein ball wir müssen wissen auch noch ein ball darüber bringen auch noch ein ball aber da ist der schalter gott ich bin ja nur ducken warte mal ich weiß auch gar nicht wenn man darüber möchte man auf der anderen seite sind da irgendwie kann man auch da nicht durch das war darüber kommen soll ich weiß es auch nicht ist auch gerade kein szenario hier sind ja hier sind ja auch noch warte ja aber dann ballern die uns ab also möchte irgendwie nur eine wand also hier muss irgendwie eine wand hinkommen ich habe noch gott das willen weil ich schreck gerade warte mal die wand gerade der warte mal ja aber da hast du noch für die gemacht damit zu tun tun nein du hast dunkelblaue hier aber kommen wir ja genau verdammt verdammt alles cool alles gut müssen wir irgendwie an den knopf dran kommen okay erst mal sicher glaube ich wie soll man denn wie soll man denn an den knopf dran kommen jemand kann es nicht darauf drücken und irgendwie bevor du stirbst oder so ne kommt da kommt auch hier raus dann bald kommen kommt da raus das heißt sobald die wand weg ist dann würde ich auch abgeknallt werden außer 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 du machst die wand hier in aber du machst die wand da hin aber du musst halt trotzdem irgendwie den knopfen drücken irgendwie wo soll ich die wand jetzt hin machen oder ich mache das du müsstest dann aber voll kamikaze mäßig da versuchen den knopf zu drücken kann es versuchen warte dafür müsste ich ich glaube nicht dazu gedacht ist aber wir können versuchen weil man da stehen und sei bereit den knopf zu drücken ich bin bereit ich darf zu drücken ich muss noch gucken was genau hier machen muss ich muss glaube ich ich muss den gelben eine sekunde dem blauen wo sich ich muss den blauen von dir entfernen ich habe keine ahnung wie ich da machen soll oder war es da ja aber die band wird gleich verschwinden in dem ball erst mal rüber ja mal den ball drüben hast dann gehe ich durch ja mach bloß kein fehler wo bist du denn ja ich bin ich bin wieder da ich ja gerade gestorben bin wieder am anfang bringen erst mal den ball rüber über weil wenn ich jetzt durchgeht wird die wand verschwinden ja von mir sind ja keine patale ganz ruhig durch so er stimmt da ist jetzt tu bloß nicht das gäbe jetzt hier von mir entfernen tu bloß keins von mir entfernen zu 1 2 9 2 da irgendwo einzeln backen damit du da rauskommst oder da musste brücke kommen damit ich erstmal im ball platzieren kann ja genau ich weiß nicht was das macht aber jetzt müssen wir die wand entfernen dann gab es sich dadurch latschen klappt dann schon klappen ok die wandte 321 jetzt auch diesen test hatte vor euch noch niemand muss man dazu machen wissenschaftlichen erkenntnis ich habe keine ahnung ich habe mich so erklärt hat der offizielle weg war auch nicht so das gefühl aber hey also lang es klappt ne ja solange es klappt hat ist doch alles gut ich bin atlas ich bin p-body erst mal ein schritt machen weil wir haben 37 minuten das verlangen ja so mit dieser sie merkt man aber auch dass die rätsel immer komplizierter werden oder wir einfach täglich sind wir verdommen einfach im laufen ja man sagt dankeschön für zuschauen und bis zur nächsten folge ciao ciao schau schau schau